Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute ist die Wiking wieder im World Stars hier am Start. Ja heute Testopony wie immer. Wir machen wir 82 kleine, 3 große und eine Megabox. Also Leute, so schauen wir hier noch nach. Und es fehlen noch Bibi Mortis, Tadas, Spy, Quo und Leon. Natürlich kann ich nicht verlangen, dass wir viele von ziehen, weil es sind halt nur 6 Woller. Aus welchen ziehen wir den ein oder anderen. Also let's go. Wir starten mit den kleinen, danach mit den großen und danach mit der Megabox und mit dem anderen Brüder. Falls wir welche ziehen sollten, werden wir 1-2 Runden spielen. Gucken wir mal an, wie viele wir ziehen. Schauen wir noch unsere Wahrscheinlichkeit hier. Ja also, nicht so hoffentlich werden. Aber einen epischen und mythischen könnten wir hier schon ziehen. Vielleicht. Wir starten einfach mal. Heidelistik ist natürlich auch wichtig für das nächste Chessor wählen. Nichts gezogen, kann man sich nicht beschweren. Tickets wieder, 3 Stück. Noch immer nicht. 3 Juwelen schmeckt die, schmockt die, schmockt die, die. Wieder ein Ticket hier. Wieder 2 Tickets. Jetzt mal keine, äh, ja, jetzt mal kein Bonus, so heißt es, wieder ein Ticket. Aber diesmal dafür. Und wieder 3 Tickets. Wir haben jetzt schon 14 Tickets. Kann man machen. Wir haben noch, wie ist es denn, ein paar Chests vor uns. Kann man denke ich mal so sagen. Schmeiß ich mal jetzt nochmal kurz auf die Schars. Ja, hat sich, ja, ja, hat sich halt absolut nicht gesteigert, aber egal. Guck mal, wir werden doch jetzt holen, wie gesagt, sie. Sonst war es halt auch dieses Chessor, unbedingt komplett. Aber war nicht komplett, weil Juwelen und hier Tickets sind trotzdem Ultra Grammar Chart. Und die Münzen natürlich. Ja, 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 und Ticket hier. Alles klar. Noch nichts gezogen. Man kann sie natürlich auch nicht beschweren, aber glücklich schätzen definitiv auch nicht. Let's go, wo die Markenversorgung ist auch wichtig, Tickets sind wieder wichtig, wieder Tickets, wir haben noch nicht mehr alles auf die Boxen, jetzt haben wir schon circa die Hälfte verbraucht. Hm, belasten bislang, kann man nicht anders ausdrücken. Ja, immer noch nicht gezogen. Das sind 32 Tickets, 33. Das sind wie lecker. Komm, wir müssen ein Buller ziehen, mehr verlange ich heute sogar gar nicht. Aber ein Buller wäre schon schmeckt, die die. So, jetzt noch 34 Chests, 33 Ticket. Oh Mann, Leute. Komm und ich mache noch ein Buller, Leute. Oh Mann, Leute. Ich denke, wir kommen von der Nachricht auf dem Henning. Oh Mann, kann er Buller kommen? das sieht gerade dann doch nicht so gut aus mit einem neuen pola zähl im durchschnitt immer 2 bis 3 neu im pole gezogen heute etwa 0 so wie es aussieht wir haben nicht mehr viele chests hier ja und heute ein neuer bruder mehr mache ich nicht wir haben keine kleinen box mit den drei großen die wir noch haben auch nichts drin nichts drin nichts drin jetzt oh mein gott wir haben bb leute wir haben ein wach bb zu oh mein gott leute oh mein gott leute bb plus drei juwelen let's go und jetzt kommt noch die letzte mega box wir gehen hier von unten auf die mega box drückt mir die daumen kein neuer bruder schade natürlich aber drei boni leute wieviel du wählen sechs juwelen ok da kann man sich dann doch nicht beschweren unbedingt ich glaube jetzt wird es unbedingt in europa nicht vielleicht bei sieben oder sechstausend ich weiß noch nicht ich möchte mich hochpush nehmen wir gucken mal dann gibt es jetzt noch ein gameplay mit der werden bb sogar eine map wo man sie einigermaßen spielen kann sogar hier äh ja und dann würde ich sagen mal rein ja bruder kleine kuh noch der genie von der seite hier drittisches gehen bisher mhm 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 wir haben hier absolut nicht von drei seiten mindestens angegangen oder so absolut nicht also wenn das noch ein sieg wird na leute nice den bruch hier haben wir schon mal drei gegner noch ein tick auch dabei ja nie wieder als kritischer ist mein genie hier noch eine püdie ist auch relativ los hier auch ganz klar ich bleibe jetzt hier auch erst mal drin aber wir gewinnen noch noch mal gewonnen hier dann würde ich sagen machen wir direkt noch ich würde es wollen wir machen jetzt insgesamt drei gehen ich hier dachte ja ja noch ein wohl haben miesen gestern einfach sagen die wahrscheinlichkeit sehr sehr gering dass wir noch ein boulder ziehen noch aber ich weiß gar nicht vielleicht könne ich kann mir so dass dann dieses davor von jerry schon sehen ich weiß nicht ob ich sie heute so weit gebracht habe schon einfach zwei leute zu haben wir ein und hier habe ich schon mal von der trigfemilie weg boy ich bleibe jetzt einfach in der mitte, der muss eh kommen, ich nicht. Ah, ich komme sogar ran, ach, das war auf Karte, gut, jawohl, danke dafür. So Leute, zweiter Win von zwei Spielen, let's go, ein Game machen wir noch, let's go ist hier, Bibi, Mainballer Fragezeichen, hä, Kappa, ne, an sich muss man eigentlich sagen, geht der Pole so relativ fit, ah, ja, ok, gut, jetzt sind wir hier am Arsch, aber ne, wir überleben sogar noch, nice, ja, der Tick, mach hier kein Auge, Brudi, ist er ja, boh drin, ja, ist er, scheiße, wir befinden uns hier in der gleichen Situation, wie in Runde 1, kommt, Brudi, ganz schnell alles wohl heran, jawohl, ja, perfekt, er holt mich noch mit seiner Ulti, ja, ok, gut, aber, mhm, mein Eindruck von Bibi, ich kenne sie zwar schon, aber hier ist, wenn man sie zimmer spielt, hat man immer einen anderen Eindruck, sag ich mal, ja, ein geiler muss man sagen, wobei in die Box schweigen wir gleich fürs nächste Mal auf. Ein krasser Bowler, aber ja, wir haben sie noch nicht Power9, noch sollten wir hoffentlich mal nächstes Mal hinbringen. Ja, ok, jetzt haben wir zu wenig für alle. Aber wie auch immer, das war's mit dem Video. Wir sind's beim nächsten Mal. Haut rein und schreibt uns in den Kommentaren. Was macht ihr eigentlich mehr denn? Ultra-Karriere-Nef1, Ballstars, Fortnite oder Fifa oder einfach so Gameplay-Nef1 oder wenn ich gut wäre, den Fortnite und sowas. Wir sehen uns dann. Bis dahin, haut rein und schreibt's in die Kommentare. Ciao, ciao.